Wir freuen uns, dass ihr von dir eingeschaut habt. Vielen Dank dafür. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr sehr gut würdet sehen wollt. Und dann klicken wir unten den Subscriber an. Wir haben auch unsere WhatsApp-Nummer, die könnt ihr hier mal aufschreiben. Uns vielleicht mal ein Video schicken, vielleicht mal ein Audio schicken. Für uns beten, das würde uns sehr gefallen, wenn ihr das seid. Von dir möchte ich euch fähne Videos wiesen, die andere Menschen in der ganzen Welt gefilmt haben. Meine Frühen sind Mitglied in einem Video in Bilderclub. Und da würden wir gut Geld vergeben, wenn wir euch in dem Club beenden sind. Wir freuen uns, dass wir unsere Videos auch mit ihr mitteilen können. Ich würde Fotografie machen, ich würde Bilder machen und Videos machen. Wir würden das scheinbar in anderen Ländern reisen, und wir würden diese schöne Bilder und Videos machen verjünt. Wenn wir reisen, dann wären wir immer die Schmuckgarten, die wir gemerkt haben. Und wenn wir mit euch ein bisschen die Videos mitteilen, das ist ein größer Verrecht. Und ich hoffe auch, dass alle Videos, die wir euch jetzt würden wissen, nun, wenn wir diese Stück machen wollen, dass euch auch ein Zehn sein können, dass ihr euch davon lernen können. Diese Videos sind auch ganz besonders gemerkt für euch in China, für die Jugendlichen, und für die Jugendlichen zu befreien. Das sind Videos, die euch in der Ure beweisen, das sind Professionelle gemerkt. Da haben Menschen mit uns gehabt gemerkt über die ganze Welt, in wie möchte die Jugend den mitteilen, weil ich mag Gott die Welt gemerkt haben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.